Ja, hallo und herzlich willkommen zur dritten Aufnahme von Disney's Das Große Krabbeln und das am 9.05.2020. Ja, wir haben beim letzten Mal Eingang zur Stadt gemacht und vorgenässt. Und jetzt machen wir Stadtplatz. Gastra, au, 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 au! Au! Entschuldigung, oh, oh, traurig, das tut mir leid, ich wollte dir nicht wehtun, aber ich bin gestolpert. Kamm-Insekten Level 8 Begegnung mit der Zirkustruppe Lerne Manni, Kaspis, Diem und Champ und Chichi und Rosi kennen Also, wo kriege ich jetzt eine Armee her? Ja, gute Frage Eine Armee der Truppen Komm, mach die mal weg Blöde Schmeißfliege Das kann ich gut gebrauchen Ah, hier Ja, ich habe jetzt gerade die ersten elf Parts hochgeladen und auch schon gefamptnäht heute Und ich muss euch mal sagen, es war bisher ein Projekt, wo ich echt krumm nachschauen musste Und ich bin erstaunt, dass es so gut läuft Ja, zumindest wie weit ich schon bin Das hier wird jetzt Part 12 werden Komm, stirb Spinne Spinni Spinni Dudus Ach, das ist die erste Gefährtin Also, das ist die Stadt Daran könnte ich mich gewöhnen Daran könnte ich mich gewöhnen, ja in der Tat Wenn es eine schöne Stadt wäre, ohne Insekten Und wer nicht weiß, worüber ich das Spiel hier spiele Ich spiele das über einen Playstation 1 Emulator Ja Nicht über die Originalkonsole Falls man das fragt, wer hier neu ist Und ich es verpassen will, sollte diesen Kanal abonnieren Glocke aktivieren, um halt auf dem Laufenden zu bleiben Was ich hochlade oder freigebe Ach komm, ich befrage ihn Hallo, Herr Ameise Hat Ameise schon Rest von uns gefunden? Äh, Keule? Ne, ich muss den anderen Truppen noch finden Aber das machen wir erstmal noch nicht Weil ich will erstmal noch ein bisschen mehr sammeln Danach ist mir nämlich gerade Ja, Flick Ich wollte da hoch, verdammt Brauche ich echt wirklich diesen Supersprung? Ja, anscheinend Aber ich weiß auch, wo ich Ich weiß auch, wo der ist Dich wollte ich noch nicht ansprechen Sondern ich wollte erstmal den Super Ach, du blöde Schmeißflieger So, hier hoch Und dann Oh Oh Aber noch eine stärkere Beere Nein Alter, ich bin auch wirklich Manchmal ein bisschen ungeschickt Viel zu sehr ungeschickt Um halt auf gewisse Sachen zu achten Weil viele Level gibt es ja hier nicht mehr Ich meine Das Spiel, so wie ich weiß Hat 16 Levels Und ich bin hier in Level 8 Also wir haben die Hälfte von dem Spiel Jetzt schon gesehen So Boah, ich will den noch gar nicht treffen Ja, dass du Hilfe finden musst Das ist mir klar Ah Spinne, nicht du Lass mir die Schmeißflieger hier weg Nimm das Rapper Ja So, ich weiß ja wohin Wow Also das ist die Stadt Humpflick Hör auf begeistert zu sein Wenn du es gar nicht bist Ich brauche einen super fantastischen Elastischen Sprung Nochmal die Spinne Nimm das Das kann ich gut gebrauchen Ich glaube, dass danach sogar noch ein Boss kommt Ich bin mir nicht ganz sicher Aber mal schauen So, Pflanze Dann könnte ich mich gewöhnen Überall sind das so viele Karten Aber woher? Ja, brauche ich Ach so ist das Jetzt verstehe ich's So, jetzt will ich aber erstmal Die nächste Medaille haben Ne, das wird dir auch keiner glauben Weil deine Gefährten und Kameraden Dir Nicht glauben werden Ach, Supersprung Cool Also, wo kriege ich jetzt ne Armee her? So Ich brauche einen Supersprung Gib mir mal bitte Thank you Supersprung Ich muss unbedingt Hilfe finden Ach, sehr schön Das kann ich gut gebrauchen Na, was haben wir denn hier? Das ist viel zu niedrig Ah, da komm ich doch ran Ja, komm Jetzt würde ich's mal Ja, ich komm's aber hier hoch Wow Also, das ist die Stadt Super 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 hier oben Ja Schauen wir mal das I Ähm Brauchen wir noch ein paar? Ja Ja, das nehme ich damit Das hilft Daran könnte ich mich gewöhnen Ja Könnte ich mich in der Tat Aber im Moment befinde ich mich in einer Metropole Des, ähm Ja Des einer Krassen Krankheits Ach, komm schon Blöde Spinne Ich brauche noch ne Beere Aber woher kriege ich die? Verdammt nochmal Noch ein Buchstaben Sehr schön Das könnte ich mich echt ein Leben gebrauchen Das wäre super Oder Energie Am besten Energie oder so Geht auch Na komm Geh ruf Oh nice Alter Sonst bin ich echt noch Geschichte Und ich trinke einen Kaffee Ja, ich hab dann halt die Parts hochgeladen Und ich hoffe das Projekt gefällt euch Würde mich mal interessieren Ob es euch gefällt Ob ihr damals schon den Film gesehen habt Ich hab ihn gesehen Der war sehr gut Weil Wenn ich so dran zurückdenke So als Kind Wie das für mich so mal war Naja Und ich fand das als Kind Einfach sehr nostalgisch Und deswegen dieser Film Der hat mich auch Das überhaupt bewegt Mal Disney's Jakob Das zu spielen Überhaupt Genau Dieser Film Und auch das Spiel dazu Ja Das ist auch so wahr Komm Gib mir Energie Danke Das hilft Daran könnte ich mich gewöhnen So Dann haben wir schon mal Das alles hier Da fehlen aber eigentlich noch einige Junge Junge Das wird mir auf der Ameiseninsel keiner glauben Na wer denn auch Ach so Okay Das macht Sinn Also Wo kriege ich jetzt ne Armee her Ja wo wohl Ich muss die erstmal finden Weil einen hab ich ja schon gefunden Einen Kameraden Glaubt mir Freunde Ich werd auch noch Gags 3 spielen Was ja auch Na Als lange nicht mehr hin wird Hinsein wird Dauert aber noch Ich muss unbedingt Hilfe finden Ja das zu Hilfe finden musst Das weiß ich doch So dahin Komm geh doch drauf Ich bräuchte jetzt bitte die Goldbeere Das wäre Sowas von insane Die hätt ich gerne Alter komm ich hoch Aber ich glaub ich weiß auch wie Das war von hier Komm Flick Du kommst doch doch hoch Ja komm Laber nicht Sondern Zock einfach Und er fällt wieder runter Absolut Geil Na komm Fragen wir den mal Schönen dich kennen zu lernen Schönen dich kennen zu lernen Wir kommen Ja die beiden Chaoten Die kennt man ja Die kennt man ja aus dem Film Wow Also das ist die Stadt So zwei fehlen mir noch Aber das machen wir noch nicht Weil Wir erstmal hier alles gefunden haben Weil die Filmclips Die sind mir sehr wichtig Wenn ich die alle hab Daran könnte ich mich gewöhnen Du kannst damit sozusagen Nämlich ein Bonuslevel freischalten Darum Das finde ich interessant Hier schon mal Junge Junge Das wird mir auf der Ameiseninsel Keiner glauben Ah Goldbeere Danke Jetzt kann ich die Gegner Schön kaputt machen Einzel nach dem anderen Ähm Ja wo ist denn jetzt Hier was zum bepflanzen Fortschritt Also kommt dir jetzt ne Armee her Ja Ne berechtigte Frage Die ich jetzt so und so Nicht beantworten kann Jetzt brauche ich erst mal Erstmal bitte die Beere Einen Supersprung habe ich ja Wow Also das ist die Stadt Ich kann da nicht rauf Was Zu Hölle Pfleg Hoch hier So wo kann ich jetzt Was bepflanzen Wäre jetzt mal ganz cool Daran könnte ich mich gewöhnen Ne hier geht nicht Wo denn dann Hier sehe ich nochmal Ein bisschen Körner Ah ich wüsste wo Na klar Schmeißfliege Nein nicht hier Junge Junge Da wo ich vorhin eigentlich auch Ähm Die Pflanze auch gepflanzt habe Ja Ich weiß auch wo Da war ich sogar schon vorhin Habe ich gar nicht gesehen Gerade Blöde Spinne Daran könnte ich mich gewöhnen Ah diese Spinne ey Die Hat es echt gerade Mir gegeben Indem ich einfach Umgefallen bin Wo ist denn das bloß Junge Junge Das wird mir auf der Ameiseninfe Keiner glauben